Blicken wir jetzt einmal auf die Hintergründe eines eher belastenden und dunklen Themas. Es war die Bild-Zeitung, die mit einem Artikel unter anderem rätselhafter Anstieg bei Todgeburten auf dieses Thema massenwirksam aufmerksam machte und die in einer neueren Version vom 12.07.2023 sogar konkretisierte und einen Grund nachschob. Die Mediziner hätten Corona im Verdacht. Der Grund hierfür wird auch genannt. Der Coronavirus, so die Bild-Zeitung, greife die Plazenta an, welche das Ungeborene mit Sauerstoff und Nährstoffen versorgt. Wenn die Plazenta durch den Befall nicht arbeiten kann, kommt es zu einer tödlichen Unterversorgung. Im Artikel wird so gleich und der roten Linie nicht folgend dann dahinter gesetzt. Ein Zusammenhang mit der Corona-Impfung konnte bisher in keiner Studie belegt werden. Weder für ein vorzeitiges Ende der Schwangerschaft im ersten Trimester noch für Todgeburten oder Missbildung. Da sind wir froh, die Impfung ist es nicht. Es war wohl die tödlichste Pandemie aller Zeiten. Ja, jetzt sind wir mittendrin in den Polarisierungen. Gucken wir ein bisschen mal dahinter. Denn auch die Berliner Zeitung weiß zu berichten, die Zahl der Todgeburten in Deutschland sei auf einem Rekord hoch. Und die Experten rätseln über die Ursache. Seit 2007 stiegen die Zahlen kontinuierlich an. Seit 2021 standen besonders stark. 2007 seien es noch 3,5 totgeborene Kinder auf 1000 Geburten gewesen. 2021 stand 4,3. Vergleicht man die Zahlen von 2019 im Mittel mit 2021, kommt man sogar auf eine Zunahme von 7,5%. Das entspricht 3.180 zu 3.420 totgeborenen Kindern. Nun beginnt die Suche nach den Ursachen. Man findet sie oder vermutet sie in folgenden Gründen. Einmal, es habe immer mehr künstliche Befruchtungen gegeben. Künstliche Befruchtungen haben wohl ein höheres Risiko für Todgeburten. Zweitens, es habe ebenfalls mehr Kaiserschnitte gegeben. Mehr Kaiserschnitte, mehr oder erhöhtes Risiko für Todgeburten. Und drittens, ja eben Corona. Die Rate an Todgeburten sei bei den Frauen, die mit dem C-Virus infiziert gewesen waren, besonders hoch. Es bestehe Forschungsbedarf, man müsse tiefer schauen, weitere Daten sammeln. An was erinnert das? Nun ja, ein kleiner Kommentar, den ich mir hierbei erlaube. Alte Franks Freiheiten, ich nenne es die Nebelbomben-Theorie. Verstecke oder Frage ist es, dass man den Elefanten im Porzellanladen versteckt, indem man viele Blümchen, Tapeten darüber kleistert oder Decken darüber legt. Alles ist sehr multikausal, alles ist vernetzt, es ist Forschungsbedarf, man braucht mehrere Daten. Wir müssen noch sehen, in der Zukunft können wir bestimmt Antworten liefern. Ja, immer dann, wenn der Elefant im Porzellanladen steht? Fragezeichen? Nun, das hört sich sehr verschwörerisch an. Schauen wir deswegen weiter in die bloßen Zahlen herein. Ein Jahr zuvor, am 15. Juli 2022, erhält die Pressemitteilung Nummer 303 des Statistischen Bundesamtes den oder die Vorgänge noch einmal tiefer. Nach der Statistik war ein Tiefpunkt im Jahr 1993 erreicht mit 3,08 Totgeburten gegenüber einem Hochpunkt von 4,28. Das sind immer die Durchschnittswerte Deutschland im Jahr 2021. Artikel von 22 und neuere Daten noch nicht verfügbar. Eine Ursache für den Anstieg dieser Zahlen bildet, naja, wieder einmal die Statistik selbst. Und warum? Weil die Parameter für die Statistik verändert worden sind. Und im Jahr 1994 wurde die Definition für eine Totgeburt von einem Kilogramm des Säuglings, die erreicht sein musste, durch die Schwangerschaft, auf 500 Gramm herabgesetzt. Durch diese Herabsetzung kam es natürlich rein statistisch zu mehr Totgeburten. Und die zweite Anpassung erfolgte, man höre und staune, im Jahr 2018. Demnach musste dann das Gewicht weiterhin mindestens 500 Kilogramm betragen oder mindestens die 24. Schwangerschaftswoche erreicht sein. Das heißt, rein faktisch wurden noch einmal dadurch mehr Totgeburten erfasst, da auch wenn das Mindestgewicht nicht erreicht war, 500 Gramm, aber 24 Schwangerschaftswochen herum waren, mehr Kinder erfasst werden konnten. Und das schlug sich dann auch in der Statistik nieder. Das heißt schlicht, es wurden mehr tote Kinder gezählt, die vorher nicht gezählt worden sind. Also alles nur ein Zählverfahren, das verändert wurde? Nein, nein. Denn der Anstieg 2018 auf 2019, wir sehen die Kurven des Statistischen Bundesamtes, ließe sich mit dieser Zählung noch rechtfertigen, aber der von 2020 auf 2021 nicht mehr. Gerade Ostdeutschland mit einer niedrigeren Impfquote ist aber von einer höheren totgeborenen Quote betroffen. Wobei man sagen muss, dass diese Ergebnisse aufgeweicht werden und nicht mehr interpretierbar sind, weil bei Ostdeutschland der gesamte Berliner Raum mit betrachtet wurde. Der Großstadtraum Berlin. Und wie wir wissen, ist dort die Impfquote hoch. Die letzten Zahlen wiesen für den Großraum Berlin eine Impfquote von 78,9% aus, gegenüber dem Restosten sozusagen, oder Restmitteldeutschland mit 67,9% beziehungsweise 75,6% für Mecklenburg-Vorpommern, 74,7% für Sachsen-Anhalt, 66,3% für Sachsen, 71,5% für Thüringen. Also Berlin mit erfasst und mit 78,9% sehr hoch. Das bedeutet, für die Statistik der Todgeburten ist im Grunde nur die Durchschnittskurve interpretierbar. Die absoluten durchschnittlichen Zahlen steigen aber auf einem hohen Niveau und das wirft Fragen auf. Im Artikel der Berliner Zeitung kommt dann ein Frauenarzt und Psychotherapeut zu Wort, der kritisiert, dass viele Schwangerer verlernt hätten, in sich hineinzuhören zum Beispiel und die Bewegung des Kindes wahrzunehmen. Damit würde man dann Auffälligkeiten zu spät mitbekommen und im schlimmsten Fall können die es tödlich enden. Man rätselt eben, dass ZDF hingegen weiß in einem Artikel vom 14.7. Aufklärung zu verschaffen. Immer mehr Fälle in Deutschland, darum steigt die Zahl der Todgeburten. Ja, warum denn? Das ZDF weiß es. Impfgegner würden zwar die Corona-Impfung dafür verantwortlich machen, so der Text, Experten aber winken ab, es gebe viel plausiblere Erklärungen dafür. Wir sind gespannt. Man rezitiert die Fakten. Seit 1994 steige die Zahl der Todgeburten ständig an und während der Corona-Krise hätte es einen zusätzlichen Anstieg gegeben. Wie gesagt, bei mir jetzt schon, eben auch auf hohem Niveau schon. Impfkritiker würden da die Schutzimpfungen verantwortlich machen und Experten kommen jetzt zu Wort. Welche Erklärungsansätze gibt es? Was sagen Mediziner, Statistiker und Experten für Bevölkerungsentwicklung der? Das ZDF liefert die Anstieg. Neben der bereits erwähnten Zählweise ist es auch ein höheres Risiko für ältere oder ganz junge Mütter. Und Personen mit Migrationshintergrund hätten ein erhöhtes Risiko für eine Todgeburt. Auch ob Mütter rauchen oder nicht, könne eine Rolle spielen. Und überhaupt habe sich ein jahrelanger Trend nur in der Corona-Krise fortgesetzt. Man sehe das zwar in der Statistik selten, aber es käme vor. Und außerdem seien die meisten Schwangeren 2021 in der Krise ungeimpft gewesen. Und vor allem aber lägen die meisten Todgeburten zeitgleich mit den Infektionswetten. Sprich, hier könnte ja dann Corona verantwortlich sein für die Todgeburten. Das ZDF kommt schließlich auch zu einem Fazit. Die steigende Zahl der Todgeburten ist ja, multikausal. Genau, eine Vielzahl von Faktoren verursacht diese. Und auch hier, ungefragt der Zusatz, Corona-Schutzimpfungen dürften kaum eine Rolle spielen. Die Daten zeigen, dass andere Faktoren den Trend viel plausibler erklären. So das Fazit der ZDF-Berichterstattung. Dies steht leider im Widerspruch zur Erklärungssuche des Berufsverbandes der Frauenärzte, der in der Berliner Zeitung hingegen zu Wort kam. Dort wird nämlich gesagt, ich zitiere, Uns stehen keine anderen Daten zur Verfügung als die Erhebung durch das Statistische Bundesamt, weshalb nämlich Antworten auf den besorgniserregenden Anstieg der Todeszahlen schwer zu finden sind. Man habe schlicht nicht genug Daten. Und so kann man dann über die Ursachen nur spekulieren. Die Grundfrage der Statistik hierbei ist immer, welche Daten erhebe ich und welche Ziele, welches Fazit möchte ich nachher damit auch dokumentieren. Unstrittig ist, es werden leider mehr und mehr Kinder totgeboren und das auf hohem Niveau. Und der Querschnitt steigt weiter an. Wir sollten gespannt sein auf die Zahlen des nächsten Jahres, des Jahres 2022. Diese liegen vor für den Geburtenrückgang. Der weist nämlich der generelle Geburtenrückgang für die Jahre 2019 bis 2021 einen Rückgang von insgesamt alarmierenden 5,5% aus. Westdeutschland minus 4,5%, weniger geborene Kinder. Und der Osten Deutschlands sogar knackige 10,4%. Auch hier Berlin mit dabei. Noch mal für den vielleicht unaufmerksameren Drüberhörer. Wir sind nun gewechselt von den Totgeburten, engere Definition, auf den insgesamt Geburtenrückgang. Die Kinder, die aus vielen Gründen einfach nicht mehr gezeugt und geboren werden. Auch dort haben wir alarmierende Zahlen. Aus meinem Vortrag Deutsche Seele, Deutscher Geist liefere ich hier jetzt weitere Zahlen hinzu. Diese basieren auf Zahlen von Euro statt. Und dabei geht es um die Geburtsraten in Europa. Man sagt hierbei, dass ein Schnitt, ein Durchschnitt von 2,1 Kindern pro Mutter erforderlich sind, damit sich ein Volk über Generationen erhält, also ausgewogen gleich bleibt. Im europäischen Vergleich schafft auch Deutschland es nicht, seine Bevölkerungszahl alleine zu halten. Wir haben es zu tun mit einem dramatischen Geburtenrückgang. Wir werden dramatisch weniger. Deutschland mit 1,45 bis 1,6 Geburten pro Mutter, weit unter dem erforderlichen Schnitt von 2,1 Kindern pro Mutter. Wir erinnern uns, dass zum Beispiel, ich zitiere in diesem Vortrag auch den Herrn, den Satguru, wie er sagte, sie, die Religion, meinte er, damit wollen mehr Seelen auf dem Planeten. Ich will weniger. Er sagte das tatsächlich vor dem, ich habe den Schnipsel auf meiner Festplatte, vor dem Logo des World Economic Forum, bei dem er zu Gast war. Weniger Seelen, also weniger Geburten. Und jetzt kommt es zu einem noch größeren Bild, auch ebenfalls Euro statt Daten. Wir vergleichen diese Daten, da geht eine riesige Schere auf, mit der Zunahme der Todeszahlen. Und zwar wurde hier in die Lupe genommen, auch das Jahr 2022, für Statistiker, also aktuelle Zahlen, im Vergleich zum Mittel von 2016 bis 2019. Und da ist Deutschland EU weit auf Platz 1 der Übersterblichkeit. Das heißt, kein anderes Land hat eine höhere Schere zwischen mehr sterbenden Menschen mit einer Übersterblichkeit auf Platz 1 und einer höheren geborenen oder geringeren geborenen Zahl. Diese beiden Zahlen von Eurostat verglichen, bedeuten ganz einfach eines. Hier in Deutschland schwindet in den nächsten Jahren die Anzahl der Bevölkerung stärker als anderswo. Wir werden drastisch immer weniger hier im Raum Deutschland sterben die Leute aus und es kommen keine mehr nach. In älteren Sendungen habe ich auf den Club of Rome verwiesen, der bis letztes Jahr eine Agenda gefahren hat, der Überbevölkerung, dass unser Planet bedroht ist durch zu viele Menschen. Die ist jetzt gewichen. Einem Blädoyer die größte Gefahr ist nun die mangelnde Bildung. Kein Wort mehr von einer Überbevölkerung. Zwischen diesem Gesinnungswandel liegt die von uns allen erlebte C-Zeit mit ihren vielen Phänomenen. Ein jeder mache sich selbst ein Bild über Ursachen und Nicht-Ursachen. Für jeden Statistiker ist es normalerweise ein Zuvergleichen der Leckerbissen, dass in den Jahren ab 2020, im Dezember meine ich, bis jetzt, 2023, 76,4% der bundesdeutschen Bevölkerung nach impfdashboard.de geimpft worden sind. Das sind ganz einfach Zahlen, statistische Marker und Nachweisbarkeiten, die hochsignifikant sind und die natürlich bei neutraler Betrachtung auch korreliert werden müssen mit anderen Daten und untersucht werden müssen, wie hier im Video vorgestellt. Also Todgeburten, weniger Lebendgeburten und mehr Sterbefälle, Übersterblichkeit hier im Land. An einer solchen neutralen, sach- und fachgerechten Wissenschaft und Erhebung bin ich sicher, wären sehr viele Leute sehr interessiert. Corona-Erkrankungen waren sicherlich bei einer Genesungsrate von über 99,9% nicht verantwortlich für Todgeburten, weniger Geburtsfälle oder eine massive Übersterblichkeit. Na, was war es denn dann? Und hätte vielleicht noch jemand ein paar Blümchendeckchen für den Elefant im Porzellanladen? Das war's denn. Vielen Dank.